Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Irgendein Random-Keck kauft sich innerhalb einer Woche drei Drecksautos. Ich glaube das mittlerweile nicht. Ich werde meinen After jetzt umdrehen und euch dieses Drecksauto zeigen. Boom! Mercedes Afterklasse in der Afterklasse. Das ist die Afterklasse. Voila. Man kann seine Hand hier durchstecken, Junge. Jetzt weiß ich auch, wieso dieses Auto Afterklasse heißt. Weil man hier seinen Arm reinpenetrieren kann. Wie in einen After hinein. Hinein in den After, Junge. Hinein. Adapt doch mal. Doch mal. Mit wem legst du dich hier an? Mit wem legst du dich hier an? Mit wem legst du dich hier an? Ich will dieses Auto. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Digga, einfach verfehlt. Auf zweieinhalb Metern verfehlt. Hier, damit die Portugiesen sich hier bei mir auch wohlfühlen. Sujeira. Sujeira. The car is sujeira. Sujeira. The car is sujeira. Wieso rede ich überhaupt Englisch, Bruder? Double penetration. Junge, wie konnte ich mit so einer dreckigen Scheiße erfolgreich werden?